Moin zusammen. Ähm. Wir haben ein Problem. Unsere Waffenkammer ist voll. Wir müssen die... Ich hab noch Platz. Ich auch. Wir müssen die verkaufen bzw. vernichten gehen. Das machen wir jetzt. Wir haben... Wir machen jetzt erstmal einen Testrun. Das heißt, wir haben zwar Waffen dabei, aber nicht allzu viele. Wir werden folgendes tun. Wir werden jetzt einmal das ganz normal machen. Und zwar in Dreierbesetzung die Fahrzeuge besetzen. Dann werden wir mit Fahrzeugen vor und hinter der Kolonne. Oder vor und hinter dem Fahrzeug verschiedene Punkte anfahren. Und versuchen die Waffen am Ende des Tages zu vernichten. Bis jetzt ist die Sache sehr gut. Ja, die werden auf jeden Fall jetzt gleich durchgeben, durchsagen. Da wird auf jeden Fall gleich noch was passieren. Also bei einem Konvoi ist quasi alles erlaubt oder wie? Was meinst du mit alles erlaubt? Also, dass die einfach ohne irgendwas auf uns schießen können? Na klar, die ballern direkt los. Die wollen ja diese Ware haben. Ja, die wollen die Ware haben. Das ist ein Gangster, ne? Okay. Die kennen keine Skopel, die Penner. Dann wollen wir fährt einmal hier rechts rein. Hier müsste ein Typ stehen. Neben dem Lambo steht noch ein Motorradfahrer. Wenn sie sich wieder setzen, droht die mit Schuss. Und wenn sie sich dann wieder setzen, dann macht er sie weg. Der fährt voll. Warte, warte, der fährt weg, der fährt weg, der fährt weg, der fährt weg. Der fährt weg. Der fährt ja weg. Autoscooter hier. Das ist quasi so die mittige Absicherung. Voll geil. Und dann wird vorne aufgemacht und wir brettern durch. Und dann gebe ich ihn. Erkan, such mal voll durch. So viel wie geht's. Ja, mei. Das ist schon ordentlich. Ey, das fühle ich gerade so dermaßen aus der LP, Chat. Ich sag's, wie es ist. Ich fühle das LP gerade. Das sieht so cool aus. Ich mach mal Kamera kurz aus, ja? Fürs Feeling. Okay, die hinteren Fahrzeuge ein bisschen aufschließen. Komm mal näher dran hier. Was fährt der Spitzel, LK? 244. 45, da. 150. Zumachen, absichern. Ja, da, da. Alle zum Passport. Am besten eine Mauer bilden. Ja, mach Mauer. Direkt ist das Erlaubnis? Positiv. Wohlstand. Heute soll ich den Klammenstrimp jetzt stark und nicht einfällen. Fiesen, fiesen, fiesen. Also. Die treffen gar nicht auf dieser Entfernung. Die sind da noch. Ich darf so viel Munition zu verschießen. Wir haben da 20 Magazine pro Autosave. Rechtsseite am Tank. Wir fahren jetzt gemeinsam auf die Brücke und fangen wir ab. Let's go, let's go, let's go. Was ist los? Junge, der Jeep hat ja richtig hoch. Wir fahren jetzt raus. Mhm. Du musst. Man schaut wahrscheinlich down. Der hat 10 Fahrzeuge, die sind hier noch unten. Eine Streife ist aktuell noch auf der Brücke. Wir müssen noch kurz zu leben. Versuch uns jetzt zu kommen. Achtung, Brücke, Nagebänder. Nagebänder gleich. Am Ende der Brücke. Am Ende der Brücke. Am Ende der Brücke. Nagebänder. Da vorne ist es ja. Weißes Startfahrzeug nähert sich der Brücke. Ist das eigentlich hier der Einzige Ein- und Ausweg? Ja, ja. Ich bin eigentlich der Einzige. Du kannst auch noch geradeaus weiterfahren. Ich bin, äh, Osten. Norden meine ich. Wir holen jetzt unsere Kollegen raus. Unsere Waffen sind weg. Wir haben die verkauft. Wir fahren jetzt dahin und holen unsere Leute raus. Die Kollegen, die auf dem GPS sind, sind oben auf der Brücke. Die sind nicht unten. Nur zur Information. Achso. Gut, ich denke, so was. Ich glaube, wir haben die Falle. Du musst wirklich jetzt funken, Alter. Das geht sonst. Der erste Pass mit dem Knochen oder der zweite Pass mit Funken. Sehr schöner Biss. Ja, jetzt so. Lass, lass, lass. Aussteigen und die Hände auch nehmen. Liga, Jukolli. Down, down, schnell, down. Feuer einstellen, Feuer einstellen. Verteilt euch hinter uns sind die Fahrzeuge. Verteilt euch, verteilt euch. Wie will ich, wenn ich gefesselt bin, du rum? Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Dann fahren wir wieder weiter. Hinter uns sind die Fahrzeuge, Unicorn. Jett, ich schwär, dass wir aussteigen können, oder so. Nimm den Tatverdächtigen ins Auto. Hey, warte, was machen die da? Jungs, der hört mal auf zu pippen. Was ist die los? Die gehören nicht alle dazu. Drei, alle auf die Brücke, die fahren auf die Brücke, warte. Äh, von der Brücke aus. Alle auf die Brücke und alle auf die Brücke und alle auf die Brücke in uns. Mann, fadest du das? Der Mercedes-Fahrer, der Mercedes-Fahrer. Junge, Alter. Nicht aussteigen, nicht aussteigen. Der ist runtergesprungen, der ist runtergesprungen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was? Warte, warte, chill. Ein Tatverdächtiger ist die Brücke runtergesprungen. Wir leben, wir leben, wir leben. Was ist denn nun? Chill, chill. Äh, chill. Was machst du? Was machst du? Warte, wir bleiben mal oben bei den anderen. Ja, wir haben hier Tatverdächtiger ja am Boden liegen, ne? Liegt da auf dem Boden, alles gut, guckst du? Daraufhin, wir wollen. Lass mal kurz reparieren, weil ich hab gar keine Möglichkeit mehr, mit dem Fahrzeug zu fahren. Ja, wir decken ab. Wo ist der? Boah, er muss echt von uns, ähnlich. Kommt bitte alle zurück zu unserem... Wartet, wartet kurz, einen kleinen Augenblick. Ja. Äh, Ibo, passt du auf. Ja, ja. Weitere Schüsse, weitere Schüsse. Und die Schüsse. Okay, let's go, los, 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 lass rein, lass rein, lass rein, wagen ist okay. Komm, 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 komm. Wir müssen, äh, wir müssen die schützen. Boah, ey, Jungs, ich hatte gerade Kopfschmerzen, deswegen. Alles gut, alles gut. Die haben sich auf den Dächern da verteilt, glaube ich. Die geht nicht dahin, die geht nicht dahin. Stop 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 Alles gut alles gut Schüsse 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 Ja die haben wir- die sind auf den Dächern Die sind auf den Dächern Wir müssen auffassung Fahr nicht rein mach keinen Einzigern Mach keinen Einzigern Bruder Ach alles gut Die ganzen Personen sind beim 24 7 in der Southside Genau vor dem Shop Wir müssen irgendwie auf's Dach kommen Wir müssen irgendwie auf's Dach oder so Jetzt gehen wir rein jetzt gehen wir rein Wir müssen auf's fucking Dach oder so L hunch alle auf einen Haufen Berteilt ein bisschen Ich geh aufs Dach, ich geh aufs Dach. Auf der Brücke, vor euch auf der Brücke. Kontakt auf der Brücke. Kontakt oben auf der Brücke. Okay, die Person hier ist verblutet, da können wir nichts mehr tun. Kommt, wer läuft da auf die Brücke drauf? Ihr verliert gleich meine Eier, ohne Scheiß. Kommt von der Scheißbrücke runter. Ihr sollt auf Calls hören, das funktioniert nur so. Geh aufs Dach. Also passt auf, Konvoi, war gut. Hat mir gut gefallen fürs erste Mal. War für uns neu. Wir mussten das erstmal herausfinden, wie das klappt. Hat gut geklappt, die Calls haben funktioniert. Mit der 3 Blockade. Hat Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber dann hat das geklappt. Das ist cool, darauf können wir echt aufbauen. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ne, Konvoi, 1 plus mit Sternchen, sag ich euch ehrlich. Jetzt wissen wir auch, wie es funktioniert. Nächstes Mal wird es dann noch besser. War gut. So, jetzt kommen wir zur Schießerei. Wisst ihr was? Wir machen es ein bisschen lustig. Osman, fang du an. Haltet die Ohren zu. Komm Osman. Das wird laut. Ich weiß nicht, ne. Ein Fahrzeug steht 300 Meter weg. Ein Fahrzeug kommt, ein Fahrzeug kommt. Ey, der sitzt im Auto. Schießt der auf uns? Wir sind mitten in der Schießerei. Ihr achtet auf den Fahrradfahrer. Dann wird gesagt, es wird sich gesammelt. Was machen Leute? Gehen in die Gasse. Der eine ist irgendwie am Kleidungsladen. Der eine ist in der Gasse. Drei Leute hängen in der Gasse. Dann sehe ich zwei Leute, die Brücke hochlaufen. Wollen die von hinten erschießen. Obwohl der Call da war, dass wir uns unten sammeln. So weiß ich nicht. Was wolltet ihr gegen sechs, sieben Leute da oben machen? Zu zweit. Verstehe ich nicht. Und dann reden noch die ganzen Leute im Funk. Wenn er sagt, kommt da runter. Diskutieren. Diese kleinen Sachen. Da waren so viele unnötige Funksprüche. Da kommt einer. Hier kommt einer. Der ist da lang gefahren. Da waren welche bei. Die haben dazu gar nicht gehört. So, das war komplett... Weiß ich nicht. War schlecht. Einfach mal machen. So, pass auf. Ich übersetze euch das einmal. Grundsätzlich mit allem, was er gesagt hat, hat er recht. Jungs, wichtig. Und Mädels, Entschuldigung. Ist ganz das Wichtigste bei der Polizei. Und mit Sicherheit werden mir die meisten von euch recht geben. Ist, dass es koordiniert funktioniert. Es gibt hier keine Rambos. Wir werden nur im Team jeden Kampf gewinnen. Und wenn wir nicht im Team spielen. Ja. Die Leute müssen zusammenbleiben. Wenn wir nicht im Team agieren. Dann wird das nicht funktionieren. Schwierig, wenn man da alleine irgendwie in so einer Seitenstraße geht. Aber wenn dann mal 15 kommen, dann können wir auch die Waffe direkt am Boden legen. Ja. 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 Ja.